Ich guck mal ganz kurz was. Wenn ich da rüber bin, dann würde ich von da aus da rüber, da rüber, da rüber. Das würde auch gehen. Das heißt, ich hab zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder... Ich kann entweder versuchen, hier rauf zu kommen und dann da rüber zu springen. Oder ich kann versuchen, an diese Vorsprünge zu kommen. An die da. An den, im Endeffekt. Und dann von da aus da rüber klettern. Das würde funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie ich an diesen Vorsprung komme. Ich versuch's mal... Ups. Von hier aus. Vielleicht geht das? Ah, nee, es geht nicht. Da komm ich nicht dran. Das ist ärgerlich. Warum nicht? Warum komm ich da nicht dran? Yeah. Hallo, Prinz. Coole Kameraeinstellung. Ach, das ist doch doof. Wieso komm ich da nicht hin? Das ärgert mich ungemein. Also, das... Das fuchs hat mich jetzt echt... Da werde ich jetzt echt kirre gerade. Das kann doch nicht sein, dass ich nicht finde, wie man das macht. Es muss doch da irgendeinen Weg geben. Normalerweise... Finde ich doch immer irgendeinen. Geh da? Komm ich da irgendwie? Und von da aus dann an die... Dinger und dann da rüber? Das würde prinzipiell auch gehen. Wie komm ich hier hoch? Komme ich hier hoch? Irgendwie komm ich hier hoch. Ne, warte. Ja, das würde gehen. Und von hier aus komme ich dann nicht weiter, richtig? Ja. Für den Arsch. Ich verbrenne mich nur den Hintern. Hm. Ich müsste da dran. Dann könnte ich da rüber. Wie komm ich da hin? So nicht. Ich komm da nicht hoch. Das reicht nicht. Der Abstand ist nicht zu groß. Scheiße. Mist, 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 Mist. Da kommen wir nicht dran. Ach, das ist ärgerlich. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwie einen Weg gefunden. Aber ich habe anscheinend überhaupt nichts gefunden. Sind die näher aneinander? Für den Wallhop? Ne, damit komme ich höchstens da runter. Das bringt mir aber... Warte mal. Da komme ich da runter. Wait a second. Der Weg. Da komme ich da unten hin. Von da unten... Komme ich aber sonst nirgendwo hin, ne? Das ist schon wieder so eine Sackgasse. Kann das sein? Dass sie mich schon wieder verarschen wollen. Ich könnte da runter. Kann von da unten... Tja, ist das da unten was zum Festhalten? Ist das was zum Festhalten oder nicht? Ich probiere das jetzt einfach. Das würde dann theoretisch gehen. Wenn das jetzt so klappt, wie ich mir das denke. Dass es klappt. Ob das so ist. Keine Ahnung. Upsala. Moment. Nein! Scheiße! Ich komme da gar nicht runter, ne? Muss sein. Ja, komme ich hier lang? Aber das bringt mir auch nichts. Scheiße. Mann, das geht schon wieder nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich hier so verzweifle. Das ist doch nicht möglich. So schwer kann das doch nicht sein. Ich probiere einfach mal wild hin und her. Gerade. Ups. Das wäre der Richtige, ne? Das ist natürlich genau der, wo ich nicht... Wo ich keinen Wallhopp hinkriege. Oder keinen Wall, was auch immer. Ist ja auch egal. Das heißt, ähm... Weil ich da nicht runterkomme. Weil das Ding zu nah aneinander ist. Deswegen kann ich zu weit springen. Also ich kann einfach hier hinlaufen und ich kann, wenn ich... Mann. Wenn ich hier springe, lande ich direkt oben drauf. Ich kann mich noch nicht mehr festhalten. Das ist zu nah aneinander. Scheiße. Welche war das? Was ist der? Wie könnte man den prinzipiell erreichen? Indem man dort auf die Vorsprünge kommt? Wäre das machbar? Prinzipiell schon. In Theorie würde das alles wunderbar funktionieren. Aber ich finde keinen Weg, wie ich an diese blöden, dreckigen, verdammten... Ah, Säulen komme! Das ist so nervig. Also wenn ich an diese Säulen kommen würde, wäre das alles viel einfacher. Ich versuche jetzt nochmal den ganz ersten, weil die anderen sind irgendwie alle aussichtslos. Ich weiß mal nicht, was mir der bringen soll, aber ich mach das jetzt einfach mal. Das war nämlich hier hoch. Ups, nicht da runter. Dann hier. Dann hier. Dann an diese Säule hüpfen. An diese Säule hüpfen. An diese Säule hüpfen. So, und jetzt kommt nämlich der Punkt... Wo man vorhin... Wo ich vorhin immer gestorben bin, ne? Kann ich hier schräg hüpfen? Ich hole das einmal. Warum kann der da nicht landen? Das ist doch gar nicht möglich. Ich versuche mal noch was anderes. Ha! Guck mal, der hält sich einfach direkt fest. Machen wir das mal so. So, jetzt sind wir hier drauf und stellen fest, dass wir da nicht mehr hochkommen. Das hat sich also richtig gelohnt. Im Allgemeinen und im Ganzen. Hier, ach genau, das war, wo wir da hochspringen können. Auf den Vorsprung... Auf den... Auf das Ding, genau. Ich erinnere mich. Ah! Crap, 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 crap. Aber von da aus komme ich auch nicht. Komme ich da irgendwie? Warte mal. Ich versuche mal was. Das war vielleicht total die blöde Idee, aber ich versuche es trotzdem. Ist mir jetzt egal. Wenn ich hier rüberhüpfe. Dann sterbe ich. Sogar sehr. Ach, das klappt auch nicht. Scheiße. Äh. Ich muss hier nicht lang, ne? Wo ging es denn hier nochmal hin? Keine Ahnung, wo es hier hinging. Gerade im Moment. Ups. Ah, das geht. Nein! Oh Gott, was mache ich denn? Ich drücke immer die falschen Tasten. Wieso komme ich da nicht weiter? Das ist denn so... Kann doch nicht sein, dass dieses Spiel so schwer ist. Mann! Ich ärgere mich. Ich könnte hier echt... Und ich dachte, der Enclave wäre für den Arsch gewesen, aber das hier ist ja echt übelst ätzend. Naja, wir sind wieder hier, aber ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung gerade. Wirklich, kein Stück. Null Idee. Null Idee. What so ever. Ich habe jetzt auch keine Chance mehr, hier diese Dinge hochzukommen. Wenn ich irgendwie ja da drankommen würde, dann könnte ich von da oben aus wenigstens ein bisschen was machen. Aber ich habe keine Chance, da hochzukommen. Genauso wenig wie hier. Es muss doch irgendwie da hochgehen an die einzelnen Sachen. Das kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwie... Ich kann doch hier keine... Weiß ich auch nicht, was für Dinge gar nicht... Ich habe aber keine Superfähigkeiten oder so, die ich hier irgendwie einsetzen kann. Oder zumindest nicht mehr als gedacht. Ich meine, das ist ja alles jetzt voll super und so, dass das geht, aber... Bringen tut mir das erstmal überhaupt gar nichts hier alles. Kann ich das abbrechen und vorher rennen? Nee, kann ich auch nicht. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Und der hier ist so nah dran, aber ich komme einfach nicht darüber. Mich ärgert das. Mich ärgert das ungemein. Rennen doch mal in den Tod, Junge. Verdammter Idiot. Naja, er ist ja nur so schlau, wie ich ihn... Wie ich ihn steuere und, äh, naja. Ach, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja! Das geht! Das habt ihr wahrscheinlich schon tausend Mal vorher in den Rechner geschrien. Boah, das funktioniert. Gott sei Dank, das geht. Oh! Endlich! Nicht sterben jetzt, du doofes Ding. Ich muss eben die Artworks freischalten. Jetzt gleich kann ich dich töten. Kein Problem. Warte. Ich komme und töte euch. Kein Thema. Alles, kein Problem. Huch, wo war der denn auf einmal? Boah, geschafft, 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 geschafft. Ich gehe kaputt, ey. Dass ich da aber auch nicht vorher drauf gekommen bin. Manchmal bin ich echt... ...total blond. Aber da bin ich gar nicht blond. Oh, hier ist aber hell. Wow! War das jetzt richtig? Oh, ich glaube schon. Ich habe zumindest neue Artworks. Die sind auch nicht verkehrt. So, eben in den Sand. Wir kommen jetzt wieder da hoch. Aber ob das jetzt richtig war, weiß ich auch nicht. Komme ich wieder hoch? Ach ja, das geht. Gott sei Dank. Hey. How the hell is this going to work? Wie soll das gehen? Kann ich mich hier wohl festhalten an den anderen Sachen? Hm, 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 hm. Das ist ja jetzt wieder tricky. Kann ich irgendwie hier hoch? Nö, kann ich nicht. Da kann ich mich noch nicht festhalten. Das ist ja ätzend. Ach, weißt du, warte, ich bin doch doof. Äh, ich bin ja so ein Troll. Ich habe doch hier... ...Turbo. Und so. Nein, das habe ich verkackt. Scheiße. Ups. Jetzt habe ich zu... Jetzt habe ich zu... Ah ja. Einen Sand habe ich jetzt verhauen. Das war keine Absicht. Mist. Äh, okay. Versuchen wir doch nochmal. Machen wir das. Das geht schneller. Als normales Laufen. So, da sind wir schon. Jawoll. Zusammenhang... ... ... ...